Norddeutscher Rundfunk 2021 Mein Gott, er will springen! Was geht ab? Was willst du hier, Mann? Lass mich in Ruhe. Wie heißt du, mein Freund? Als wenn das hier oben noch eine Rolle spielen würde. Für mich ist das wichtig. Aber ich find's auch so heraus. Sascha... Paul... Sebastian... Jeff. Ich heiße Jeff. Ich weiß, Jeff. Denk mal drüber nach, was du alles nicht mehr erleben würdest, wenn du jetzt springst. Weißt du, wenn ich immer ihre Warzenhöfe zärtlich liebkost habe? Und dann mit dem kleinen Finger runter, zärtlich, bis zu ihrem Venushügel hier... Dann... Oder der Geruch, wenn es dunkel wird. Das Geräusch, das der Affe macht, wenn er sich versteckt. Wie süß er lacht, wenn der kleine Immogene endlich seinen neuen Namen bekommt. Das ergibt alles keinen Sinn mehr. Ich bin... Ich bin richtig einsam, Mann. Ich hab doch auch keine Freundin. Mann, ich muss ständig in diesen viel zu engen Strumpfhosen rumlaufen. Ich bin einsam. Ich mein... Naja, also... Oh Gott, keiner liebt mich. Ich lieb doch auch keiner, Mann. Und deswegen... Deswegen werde ich jetzt springen, Mann. Dann springen wir gemeinsam. Captain Arthur, du bist großartig! Äh, meinst du, es ist okay, wenn ich kurz Hallo sage? Was? Ich darf jetzt hin, das hier gemeinsam durch, Mann. Ja, du weißt doch, was man sagt. Ho4Pro und so. Nein, es heißt Bruder vor Luder, Mann. Ja, sag ich doch. Luder vor Bruder. Nein, genau... Genau eben andersrum, Mann. Es heißt Kalle vor Schnalle. Es heißt Keule vor Eule, Mann. Digga, chill mal. Ich bin gleich wieder da, okay? Warte kurz. Das kannst du doch nicht machen. Alter, warte! Stopp! Hey, was geht ab? Hey! Ähm, hast du Lust, was essen zu gehen vielleicht? Oh ja, voll gerne. Schön. Ähm, aber ich habe zufällig noch meine einsame, hübsche Freundin dabei und die steht leider nur auf Nerds. Das macht gar nichts. Ich kenne da wen, der hat... Sollen wir vielleicht was zu dritt machen? Ja, voll gerne. Ja, voll gerne. Ja, voll gerne. Ja, voll gerne. Entspannte Arbeit lohnen. Ich fühl mich... Mit ein bisschen... Überraschung. Zиться Zeit.